Jetzt geht es los mit dem Video Viel Spaß! So Kinder, dann stellt mal eure Schuhe in den Eingang zusammen mit dem Keksen. Wir kommen! Wisch, wisch, wu, wisch, wisch, wu Ich putze jetzt ganz allein meine Schuhe. So ihr Schuhe, ich stelle euch jetzt dahin. Nikolaus, bring mir bloß das Richtige. So Schuhe, auch von mir hier hin. Hoffentlich bringt er mir das Kleid, was ich mir so sehr wünsche. Hm, lecker Kekse sind die für mich. Papa, wehe, das sind die Kekse für den Nikolaus. Genau Jens, die Schuhe hier kannst du haben. Cool, danke Schatz. So Kinder, dann geht es jetzt ab ins Bad und Bett mit euch. Oh, das Telefon klingelt. Ich gehe da mal kurz ran und komme danach. Geht schon mal vor, ihr Lieben. Hallo, hier spricht Schmuckköppchen. Ach, hallo, Rieke. Was gibt's? Ja, hallo, Paula. Das Baby kommt. Können Paulino und Leni bei euch übernachten? Oh, wie schön. Das ist ja toll. Sie können gerne kommen. Bringt sie vorbei. Kinder, Paulino und Leni werden noch mal nach Weihnachten, dass Baby kommt. Was, wie cool. Können wir für sie ihre Matratzen hinlegen? Ja, aber erst werden Zähne geputzt. Dann bringe ich sie mit und ich gehe gerade noch mal nach Holle und Lukas schauen. Mama, ich brauche Hilfe beim Zähneputzen. Frag Ella, die kann dir helfen. Okay, Ella, kannst du mir bitte beim Zähneputzen helfen? Klar, Luna, komm her. Hallo, ihr zwei Mäuse. Schlaft ihr schön? Ich glaube schon. Schnell runter, Leni und Pauline sind da. Tschüss, Mama. Könnt ihr das Baby bitte Freddy nennen? Das würde mich sehr freuen. Wie den Sänger von Queen. Ja, schau mal, Leni. Tschüss, Pauline. Bis morgen. Ja, tschüss, Mama. Habe dich lieb. Bis morgen. Danke, Paula, dass du die beiden nimmst. Ah, aua, da war schon wieder eine Vier. Kein Problem. Ruft an, wenn das Baby da ist. Wir freuen uns schon drauf. Tschüss. Kinder, dann geht mal ins Bett. Gute Nacht. Bis morgen. Machen wir. Wir haben dich ganz doll lieb. Nacht. So, jetzt gehe ich mit Jens zu Bett. Guten Morgen, Jens. Wie schön ruhig es hier ist. Angenehm, oder? Ja, Schatz, da hast du recht. Wenn jetzt aber unsere Mäuse aufwachen, dann ist es nicht mehr ruhig. Da wette ich drauf. Oh, ich glaube, es geht mit einer Lautstärke schon los. Guten Morgen, Ella. Das Telefon klingelt. Kommt schnell runter. Hallo, Mama. Ist das Baby da? Ja, mein Schatz. Kommt ins Krankenhaus. Juhu, wie toll. Hallo, Mama. Wo ist das Baby? Ja, wo ist es? Es liegt da am Bettchen. Das ist Freddy, euer kleiner Bruder. Wie cool. Oh, Juhu, ihr willst. Freddy, ihr gaga. Juhu, ich bin Leni, deine große Schwester. Und ich bin Pauline, deine große Schwester. Oh, wie schön, das Kleid, das habe ich mir gewünscht. Danke, lieber Nikolaus. Juhu, die Puppe, die habe ich mir ja so sehr gewünscht. Danke, lieber Nikolaus. Oh, danke, lieber Nikolaus. Die Elfe und die Tasche habe ich mir gewünscht. Vielen Dank. Hallo, ihr Lieben. Das war es schon mit dem Video. Das war ja eine schöne Sache mit dem Nikolaus. Und mit der Geburt von Freddy. Kennt ihr auch die Van Queen? Die ist echt cool, oder? Der Freddy ist da besonders. Und das Lied Radio Gaga. Dann sehen wir uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, gebt uns einen Daumen nach oben. Wenn ihr bei Ella klickt, könnt ihr unseren Kanal abonnieren.